Was ist die Umweltspumpe? Was ist die Umweltspumpe? Wir haben nun die Vorteile unserer Kohlelager zum Tragen. Unsere Kohlenstoff-Grafit-Werkstoffe sind chemisch beständig, sie sind trinkwasser- und lebensmitteltauglich und darüber hinaus bietet der Grafit besonders gute Trockenlaufeigenschaften. Das wirkt sich positiv auf den Verschleiß der Kohlelager aus, aber auch für den Wiederanlauf nach längeren Stillstandszeiten. Moderne Geschirrspüler müssen natürlich auch in Sachen Preis wettbewerbsfähig sein. Hier setzen wir auf unsere sogenannte PTS-Technologie. PTS steht für Press-to-Size. Das bedeutet, diese Bauteile erfahren keinerlei mechanische Bearbeitung mehr und das spart einen großen Teil an Kosten im Vergleich mit Teilen, die mechanisch auf Drehmaschinen bearbeitet werden müssen. Kohlenstoff-Grafit als Werkstoff für Gleitlager findet heute schon Anwendungen in Heizungsumwelspumpen, in Pumpen für die chemische Industrie, aber auch in Pumpen in der Automobiltechnik. Teilweise wird Grafit auch als Füllstoff in Kunststoffen für Gleitlager genutzt. Generell kann man sagen, dass die besonderen Eigenschaften von Grafit und daraus hergestellten Lagern sowie andere Bauteile für viele Anwendungen interessant sind. Zum Beispiel kann man dort noch nennen die Analyse-Technik, aber auch Geräte und Anlagen für die sogenannten Life Sciences. Deshalb lassen Sie uns gerne gemeinsam neue Anwendungsfelder für unsere Kohlenstoff-Grafit-Werkstoffe entdecken und entwickeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017